Musik Mein Handy singelt, ich höre von einer Anfrage Nimm ein Kalender, die stöbe, ob ich da kann, warte Gehe in mich, überwinde den Angsthasen Sage zu und die Vorbereitung wird dann starten Fahre den Rechner hoch, gib Start und Namen ein Einige lustige Fakten sollen Grundlage sein Für meine Part suchen wir drei bis vier Themen raus Und der niedrige Drumherum deine Lebenslauf Hier ne Lein, da ne Lein, Schemes entstehen Über meinen Paternein voll im Spiegel stehen Schreie mich an, mein Herz pocht und bebt So lange bis sich jeder Wörst in meinen Kopf einpickt Wölfe die Texte ein paar Kollegen vor Achte auf ihre Reaktionen, beinahe bei jedem Wort Verwende Erkenntnisse für den Feinschliff Bis dann jede Zeile letztendlich dafür bereit ist Ein Hobby als Leidenschaft für ein Leben lang Auge um Auge, da zeigt sich, wer hier bestehen kann Spannung bis in die Haare spitzen Denn jeder Part muss sitzen, denn jeder Part muss sitzen Ein Hobby als Leidenschaft für ein Leben lang Auge um Auge, da zeigt sich, wer hier bestehen kann Sechs Wochen bittere Fleißarbeit Für 20 Minuten mitten im Cypherkreis Der Wecker klingelt, ich stehe auf Die Freunde warten im Auto draußen, ich gehe raus Während der Bass bei der Autofahrt aus den Boxen dröhnt Höre ich leise die Texte durch meinen Kopf vertönen Willkommen an, die Location ist heute ausverkauft Und der Druck hat sich in mir mittlerweile schon aufgestaut Bin fokussiert, dass mein Blick gerichtet nach vorn zeigt Höre ich den Shift, der die Ansage in mein Ohr schreit Die Ferse sitzen wie eingeprobt Die Quad Reaction bemerke ich nach paar Zeilen schon Alle sind ruhig und keiner will mir ins Wort fallen Während ich die Punches im Gegner um seine Ohren knalle Unbeschreiblich, denn alle reißen die Hände hoch Dieses Gefühl, wenn man meinen Zeilen die Menge tobt Siegesicher schwöre ich, wie die letzten Zweifel gerade verziehen Der Körper vollgepumpt mit Adrenalin Ein Hobby als Leidenschaft für ein Leben lang Auge um Auge, da zeigt sich, wer hier bestehen kann Spannung bis in die Haare spitzen Denn jeder Part muss sitzen Ein Hobby als Leidenschaft für ein Leben lang Auge um Auge, da zeigt sich, wer hier bestehen kann Sechs Wochen bittere Fleißarbeit Für zwanzig Minuten mit einem Cypherkreis Ich komme zu meinem letzten Part Bin im Tunnel vom Gegner, in dem ich nur fetzen war Ich überleg, ob sich meine Reime bewährt hatten Und bemerk, wie Leute für beide noch einmal Lärm machen Am Ende geben wir uns beide die Hand Und sind auf die Entscheidung gespannt Dieser Nervenkitzel ist einfach nicht in Worte zu fassen Trotz all der harten Arbeit würde ich es sofort wieder machen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal